Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer. Wir spielen jetzt an die Freude mit Zweierakkorden. Los geht's! Die linke Hand spielt C und G. Das ist der Zweierakkord auf C. Der Zweierakkord G sind die Töne H und G. Also C-Akkord, dann geht der kleine Finger ein Ton abwärts, der Daumen bleibt und beim C-Akkord geht der kleine Finger wieder zurück. Diesen Wechsel solltet ihr flüssig spielen können. Im Lied an die Freude spielt die linke Hand zwei Akkorde in halben Noten, etwa so. Zwei, drei, vier. Ich spiele euch das Lied. Das war an die Freude mit Zweierakkorden. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.